Hier präsentieren wir die 5 besten Elektro-Rasenmäher-Tests. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Bosch Elektro-Rasenmäher Arm 34. Suchen Sie einen elektrischen Rasenmäher? Dann schauen Sie sich unseren Bosch Elektro-Rasenmäher an. Der Bosch Arm 34 ist perfekt für jeden Hausbesitzer, der einen hochwertigen Elektro-Rasenmäher sucht. Dieser Rasenmäher verfügt über einen 1300 Watt Motor und eine verstellbare Schnittbritte von 34 cm, sodass Sie auch große Rasenflächen mühelos mähen können. Außerdem ist der Wartungsarm, sodass Sie sich nicht mit Reparaturen am Rasenmäher herumschlagen müssen. Ein Rasenmäher ist für einen Hausbesitzer genauso wichtig wie ein Auto. Aus diesem Grund führen wir nur Produkte, von denen wir wissen, dass Sie jahrelang halten werden. Der Bosch Arm 34 Elektro-Rasenmäher ist da keine Ausnahme. Er besteht aus langlebigen Teilen, die selbst den härtesten Bedingungen im Garten gewachsen sind. Holen Sie sich den besten Mäher für Ihren Garten mit dem Bosch Elektro-Rasenmäher Arm 34. Nummer 4 Einhell Elektro-Rasenmäher GC-EM 1743 HW Sie suchen nach einer einfachen Möglichkeit, Ihren Rasen zu mähen? Dann sollten Sie sich unbedingt unseren Einhell Elektro-Rasenmäher GC-EM 1743 HW ansehen. Einhell Rasenmäher bieten eine qualitativ hochwertige und erschwingliche Lösung für alle Ihre Bedürfnisse beim Rasenmähen. Dieser Rasenmäher hat eine Schnittbritte von 43 cm, sodass Sie Ihren Rasen problemlos mähen können. Die 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht es Ihnen außerdem, das Gras auf die perfekte Höhe zu schneiden. Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihren Garten zu pflegen und bieten Ihnen deshalb eine breite Produktpalette an. Dieser Rasenmäher eignet sich perfekt für Gär. Halten Sie Ihren Garten in Schuss mit dem Einhell GC-EM 1743 HW. For more information Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Bosch Rasenmäher Advanced Rotak 750 Suchen Sie einen zuverlässigen Rasenmäher für Ihren Rasen. Sehen Sie sich den Bosch Rasenmäher Advanced Rotak 750 an. Dieser Bosch Rasenmäher ist perfekt für alle Hausbesitzer, die keine Zeit mit dem Mähen ihres Rasens verbringen wollen. Mit seinem leistungsstarken 1700W-Motor schneidet dieser Rasenmäher das Gras schnell. Außerdem ist er leise, sodass Sie Ihren Rasen mähen können, ohne die Nachbarn zu stören. Die ergonomischen Griffe des Bosch Rasenmähers machen das Mähen bequemer und rückenschonender. Außerdem lassen sich die ergonomischen Griffe auf jede beliebige Höhe einstellen, sodass Sie Ihren Rasen mühelos mähen können, ohne Ihren Rücken zu belasten. Genießen Sie ein leises, komfortables und rückenschonendes Mäherlebnis mit dem Bosch Rasenmäher. Nummer 2 Hyundai Elektro Rasenmäher LM3301E Suchen Sie den perfekten Rasenmäher für Ihr Zuhause? Dann schauen Sie sich den Hyundai Elektro Rasenmäher an. Dieser Rasenmäher ist perfekt für alle, die Ihren Rasen schön und ordentlich halten wollen. Mit seinem leistungsstarken 1300 Watt Motor schneidet dieser Rasenmäher mit Leichtigkeit durch Gras und Unkraut. Die Höhenverstellung und der Rasenmäher kaum erleichtern das Trimmen des Grases bis dicht an die Kante. Unser Rasenmäher ist perfekt für jeden Hausbesitzer. Mit seiner verstellbaren Höhe ist dieser Mäher ideal zum Jäten, Trimmen und Mähen. Außerdem gibt es einen praktischen Auffangbehälter, der das Auffangen des Schnittgelds erleichtert. Sorgen Sie für einen gepflegten Garten mit unserem Hyundai Elektro Rasenmäher. Und die Nummer 1 unserer Liste Gardena Power Max 120032 Sie suchen einen Rasenmäher, der Ihren Rasen pflegt? Dann schauen Sie sich den Gardena Power Max 120032 Elektro Rasenmäher an. Unser Rasenmäher ist perfekt für alle, die einen zuverlässigen und erschwinglichen Rasenmäher brauchen. Er ist leicht und wendig, sodass Sie ihn leicht über Ihren Rasen manövrieren können. Außerdem verfügt er über eine Extrabritte Schnittbritte von 32 cm und einen Fangsack mit 30 Erfassungsvermögen, damit die Arbeit schnell erledigt ist. Unser Elektro Rasenmäher ist leicht und wendig, sodass Sie ihn leicht um Ihren Rasen manövrieren können. Außerdem hat er eine Extrabritte Schnittbritte von 32 cm und einen 30 Liter Fangsack. Außerdem kann er bis zu 300 Quadratmeter mähen, sodass er sich problemlos um Ihren Rasen kümmern kann. Mit dem leichten und wendigen Gardena Power Max 120032 Elektro Rasenmäher bleibt Ihr Rasen schön. Für mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.